Verehrte Damen, meine Herren, ich begrüße Sie herzlich im Namen aller, die hier arbeiten und bin dankbar, dass wir der Ort sein können für diese Veranstaltung. Und zwar nicht, weil es immer schön ist, unter Gleichgesinnten zu sein, sondern weil uns inhaltlich das ein großes Anliegen ist. Kunst und Kultur muss frei sein von jeglicher Beeinflussung. Sie hat aus ihrem Selbstverständnis eine Aufgabe, die das ausschließt. Und dafür müssen wir kämpfen und dafür werden wir, alle, die wir hier arbeiten, uns immer einsetzen und ich werde heute nicht derjenige sein, der heute ganz viel redet, sondern übergebe an denjenigen, der das Wichtige und Bedeutsame sagen wird. Ich wünsche uns eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Bernd Fülle. Vielen Dank auch an das hessische Staatstheater. Ich finde beides sehr wichtig. Erstens, das, was Sie gerade gesagt haben. Zweitens, aber auch der schlichte Fakt, dass das hessische Staatstheater uns diese außergewöhnlichen Räume für diese Veranstaltung überlassen hat. Ich finde, das ist ein Politikum ersten Rammes. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Georg Harps. Ich begrüße Sie im Namen der Martin-Niemöller-Stiftung und der Initiative Momentmal zu der Veranstaltung Kultur im Visier der Rechtsradikalen. Die offene Gesellschaft wehrt sich. Wir danken für die großzügige Förderung durch Demokratie leben. Ohne diese Finanzierung wäre auch all das hier nicht möglich. Wer und was ist die Initiative Momentmal? Viele wissen es bereits, manche aber auch nicht und darum erkläre ich es nochmal kurz. Momentmal, das sind ein bis zwei Handvoll Einzelpersonen ganz unterschiedlichen Alters, aus ganz unterschiedlichen Berufen mit ganz unterschiedlichen politischen Biografien. Was uns verbindet, ist die Einschätzung, dass das Erstarken rassistischer und menschenfeindlicher Bewegungen und Parteien unsere Demokratie ernsthaft bedroht. Wir vom Momentmal verfügen über keine Patentrezepte der Demokratieverteidigung und der Demokratieerneuerung. Unsere Veranstaltungen vermitteln Fakten, sachkundige Analysen und Einschätzungen der Umtriebe am rechten Außenrand der Politik. Wir machen mit unseren Veranstaltungen deutlich, dass Demokraten keine unsichtbaren Leisetreter sind. Wir machen mit unseren Veranstaltungen erlebbar, dass der Erhalt der offenen Gesellschaft eine ganze Menge Menschen zusammenfügt. Mein persönlicher Zugang zu dem heutigen Veranstaltungsthema ist von einer speziellen Interessenlage geprägt. Ich mische nicht nur beim Momentmal mit, sondern engagiere mich seit langem beim aktiven Museum Spiegelgasse für deutsch-jüdische Geschichte in Wiesbaden. Schwerpunkt Ausstellung und Erinnerungskultur. Und damit sind wir schon mitten beim Thema. Erinnerungskultur ist ein geradezu klassisches Hassobjekt der AfD und anderer rechtsradikaler Gruppierungen. Bereits 2017 hat der zwischenzeitlichen der AfD Tonangebende Björn Höcke wörtlich Folgendes gesagt. Wir brauchen eine Erinnerungskultur, die uns vor allem und zuallererst mit den großartigen Leistungen der Altvorderen in Berührung bringt. Und weiter, anstatt die nachwachsende Generation damit in Berührung zu bringen, wird die deutsche Geschichte mies und lächerlich gemacht. Björn Höcke forderte eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Entsprechend dieser Zielvorgabe verlangte dann der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon, ebenfalls 2017, ein Ende aller Stolpersteinaktionen. Gedeon bezeichnete diese Aktionen als Erinnerungsdiktatur. Doch was sind Diktaturen? Diktaturen sind Regime, die sich mit brutaler Unterdrückung an der Macht halten. Das lässt mich fragen, was hat es mit brutaler Unterdrückung zu tun, wenn man der Jüdinnen und Juden namentlich gedenkt, die während der NS-Zeit ermordet wurden? Was hat es mit brutaler Unterdrückung zu tun, wenn man mit Fakten, Analysen und Aktionen in Erinnerung ruft, welche unfassbaren Verbrechen im deutschen Namen begangen wurden? Gar nichts. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Der AfD geht es darum, alles aus der Öffentlichkeit zu verbanden, was dabei stört, die deutsche Geschichte als ein Hochamt nationaler Größe und vorgeblicher ethnischer Überlegenheit zu feiern. Doch die Shoah war kein Vogelschiss, den man mit einer Dackelkrawatte wegwischen kann oder darf. Moment mal, das aktive Museum und Pfarrer Nett von der Evangelischen Bergkirchengemeinde setzten damals ein deutliches Zeichen gegen die aggressive Amnesie-Gier der AfD. Wir haben an Stolperstein im Rheingau-Viertel Mahnwachen abgehalten und mit der Verlesung von Erinnerungsblättern einiger der Wiesbadener Jüdinnen und Juden gedacht, die unter der NS-Diktatur der Erniedrigung, Entrechtung und Vernichtung unterworfen waren. Ein zweiter, ganz anderes Gesichtspunkt. Was mir seit jeher besonders am Herzen liegt, ist unsere demokratische Streitkultur und unsere Demokratie ist eine recht anspruchsvolle Angelegenheit. Einige der wichtigsten Ansprüche und Werte finden sich für mich im Grundgesetz. Ich greife zwei Artikel heraus. Die Gleichheit vor dem Gesetz, Artikel 3, und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Artikel 20a. Zwischen der Verfassungswirklichkeit und dem Verfassungsanspruch tun sich da immer wieder Gräben auf. So heißt es in Artikel 3, Absatz 2 unter anderem, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Da muss ich sagen, trotz aller erstrittenen Fortstritte bleibt da ohne Frage noch viel zu tun. Doch diese Lücke zwischen Soll und Ist kann meines Erachtens nie und nimmer ein Grund sein, das Gleichheitsprinzip zu negieren und die Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens zu leugnen. Genau dies aber steht im Zentrum der völkischen Ideologie. Dass sie das Wort Rasse durch Identität ersetzt haben, ändert überhaupt nichts daran, dass sie eine brutale ethnische Trennlinie für Menschen, die sie für erste Klasse halten und für Menschen, die sie für zweite Klasse halten, zu ziehen versuchen. In Björn Höckes 2018 veröffentlichten Buch, nie zweimal durch denselben Fluss, liest sich das dann so. Leider werden wir ein paar Volksteile verlieren, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Nötig sei ein groß angelegtes Re-Emigrationsprojekt zu gut Deutsch, massenhafte Vertreibungsmaßnahmen. Für mich reimen sich solch mitleidlose Allmachtsmantasien auf vorsätzliche Demokratiegefährdung und Verfassungshäme zu Artikel 20a, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Auch hier halten die realen politischen Taten oft nicht oder nur unzureichend, was richtige Klimaziele versprechen. Daran übt zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung harte, aber konstruktive Kritik. Kritik, die, wie ich finde, durch unsere Verfassung voll legitimiert ist. Kritik, die den Verfassungsanspruch mit Wirklichkeit füllt und ihn damit stärkt. Das ist ein Win-Win-Verhalten. Ganz anderes finden wir bei der AfD. Sie leugnet wieder besseres Wissen, dass CO2-Emissionen den Klimawandel anheizen und zieht in den Kampf gegen mehr als überfällige Klimaschutzmaßnahmen. Sie tut so, als könne einfach alles so bleiben, wie es ist, vorwärts in die Vergangenheit der rauchenden Schlote und der Verbrennungsmotoren. Zum Wohle der eigenen Partei und zum Schaden unserer Kinder und Enkel pflegt die AfD einen gnadenlosen Zynismus. Für mich entspricht dies Zukunftssabotage und damit einem Hohn auf Artikel 20a unserer Verfassung. Drittens. Die Einübung demokratischer Streitkultur ist für mich ein ganz zentrales Element der offenen Gesellschaft. Die AfD aber setzt auf systematische Einschüchterung. Auf Online-Portalen sollen Schüler und Eltern melden, wenn Lehrer im Unterricht in aktuellen Fragen Klarstellung beziehen. Belegbare Fakten und Analysen, die dem kruden Weltbild dieser Rechtsaußenpartei widersprechen, Akte der Aufklärung will die AfD als vorgebliche Verstöße gegen die Neutralitätspflicht geahndet sehen. Aber die staatliche Neutralitätspflicht verlangt Lehrkräften keine Todstellreflexe ab. Argumentative Auseinandersetzungen mit konkreten Äußerungen, jedweder politischer Couleur sind zulässig. Mehr noch. Tatsächlich ist das Gegenteil von Neutralität geboten, wenn unsere Demokratie fondral angegriffen wird. Wer junge Menschen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erziehen soll, hat die Pflicht, sie an eine kritische Auseinandersetzung mit demokratiegefährdenden Umtrieben heranzuführen. Die gestern erste Öffentlichkeit vorgestellte 18. Shell-Jugendstudie unterstreicht die Dringlichkeit solcher Bildungsarbeit. Eines der Erhebungsergebnisse lautete, rund 34 Prozent aller Jugendlichen hat sich die Denkraster von Nationalpopulisten ganz oder teilweise zu eigen gemacht. In Ost und West einschließlich Rassismus und Demokratieverachtung. Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Giffey, hat das mit der Aussage kritiert, wir brauchen mehr politische Bildung in den Schulen. Da sage ich, recht hat sie, dieses mehr muss aber konkret sein oder es wird nicht sein. Genau deshalb muss man engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die vor konkreter Kritik an Äußerungen von Nationalpopulisten und Rechtsradikalen nicht zurückscheuen, den Rücken stärken. Und genau sowas passiert auch bisweilen. Das haben nämlich der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und seine Bildungsreferentin Beate Zurack jüngst mit der Herausgabe eines Leitfadens für die schulische Praxis getan. Ich finde das vorbildlich, könnten wir in Wiesbaden auch sowas ähnliches haben. Viertens, zur Kultur- und Kunstproduktion im engsten Sinne. In demokratischer Kultur ist jede Menge Platz für an das Lebende, an das Denkende, an das Fühlende, an das Spielende, an das Filmende und an das Tanzende. Mehr noch, Verstörendes und Unkonventionelles enthält eine reale Chance, die Routine des Immergleichen zu durchbrechen, neue Denk- und Wahrnehmungshorizonte zu eröffnen, Freiheit erlebbar zu machen. Und wenn sich jemand wie ich selbst in einer Kuschelecke aus Geschmacksvorlieben von Biedermeier über Blues bis Deutschlandradio gemütlich einrichten will, dann ist ihm das ebenfalls nicht verwehrt. Dieses Mit- und Nebeneinander von Tradiertem und Ausflugsmöglichkeiten ins Unkonventionelle, dieses Mit- und Nebeneinander von etwas gemütlicher Selbstherrlichkeit und Selbsthinterfragung, bringt eine affirmative Kultur hervor, die wie eine Dehnungsfuge ganz unterschiedliche Erfahrungs- und Lebenswelten zusammenhält. Individuell und gesamtgesellschaftlich. Genau dies ist der AfD ein Dorn im Auge. In ihren apokalyptischen Visionen mutiert eine breit verankerte kulturelle Vielfalt zur drohenden Vernichtung deutscher Identität. Björn Höcke sagt, dieses Land braucht einen vollständigen Sieg der AfD. Besonderen Wert bei ihrer Endsieg-Vorbereitung legen er und die AfD auf die Erlangung kultureller Hegemonie. Sie wissen warum. Wem es gelingt, die Deutung gesellschaftlicher Wirklichkeit zu beherrschen, der kann dann fast schalten und walten, wie er will. Bei dem gnadenlosen Kulturkampf, den die AfD landauf, landab gegen die Kunstfreiheit betreibt, versucht sie Verwaltung und Drittmittelgeber für ihre Strategie völkischer Gleichschaltung einzuspannen. Sie will Verwaltung und Drittelmittelgebern eine Schere im Kopf aufdrängen. Eine Schere, die unbotmäßigen Kultureinrichtungen und Initiativen ganz still und leise und ohne Begründungszwang den finanziellen Lebensfaden abschneidet, zum Schaden unserer offenen Gesellschaft. Ich hoffe und wünsche mir, dass uns hier und heute dargelegt wird, wie man diesem Scherenmontage Einhalt gebieten kann. Vielen Dank. Applaus